Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial. Diesmal geht es um den Minecraft Fog-Key Mod hier in der Version 1.2.5. Den Link zum Minecraft Forum findet ihr wie immer auf unserer Homepage und den Link zur Homepage findet ihr in der Videobeschreibung. Dieser Mod ist Optifine-kompatibel, ist natürlich sehr gut. Für diesen Mod benötigt ihr Modloader, dazu haben wir schon ein Video gemacht. Den Link dazu findet ihr ebenfalls auf unserer Homepage. Was dieser Mod macht, er fügt einfach nur die alte Funktion wieder hinzu, dass wenn ihr F drückt, sich die Render Distance vorstellt und die Welt neue lädt. Um diesen Mod dann zu installieren, müsst ihr einmal auf Mod Download gehen, das Ganze downloaden, dann erhaltet ihr ein ZIP-Archiv mit dem Namen FKeyMod. Das müsst ihr euch dann öffnen. Da habt ihr dann das drin, da geht ihr dann auf FKeyMod und dann Place in your Mods Folder und diese FKey ZIP zieht ihr in euren Roaming Minecraft Mods Ordner. Zieht ihr dann rüber und startet dann Minecraft. Wir sehen uns in-game wieder. In-game angekommen, seht ihr dann, wenn ihr F drückt, dass sich die Render Distance verstellt und die Welt sich neu lädt. Jetzt zum Beispiel geht ihr dann auf Grafik einstellen, und da seht ihr es dann, haben wir nochmal, gehen wir nochmal zurück, drücken zweimal F und schon sind wir bei winzig. Das war's, bis zum nächsten Mal.